AIS Auf der Messi Logimatt 2012 darf AIS eine kleine Weltsituation präsentieren. Bisher waren Scanner groß und globig. Ab heute gibt es den M3 Smart, der ein Drittel wiegt, ein Drittel kostet und sich kinderleicht mit einer Hand bedienen lässt. Dieser Scanner besitzt alle herkömmlichen Funktionen. In einem Gerät integriert 222 Gramm. AIS. We drive your logistics success. www.ais.de